ein wunderschönen guten morgen freunde und herzlich willkommen zum neuen video ja an diesem wunderschönen platz hier direkt an dem fluss haben wir die letzten zwei tage gestanden es war wirklich wunderschön wir hatten gutes wetter 24 25 grad und sonnenschein genauso wie heute auch und heute geht es für uns weiter wir wollen wieder an die küste ans meer fahren und vorher gibt es aber noch einen kleinen zwischenstopp und zwar habe ich ein verlassenes kloster gefunden mit einem wunderschönen parkplatz direkt an der schlucht wo man auch wandern kann da fahren wir als erstes sind und dann geht es ab an die küste jetzt machen wir aber erst mal mit pepper einen schönen spaziergang am morgen so wir sind jetzt an unserem neuen stellplatz angekommen leider ist heute sonntag das heißt das kloster ist unfassbar voll mit besuchern ja wir machen jetzt erstmal ein frühstück und genießen was frühstück ist bei uns eigentlich ziemlich gleich ich esse immer brot mit guacamole eine feste zeit für frühstück haben wir auch nicht meistens so zwischen 11 und 13 uhr das geht nicht auf was zu schmecken auch mit deinem probieren ja mittlerweile ist der nächste morgen gestern war hier nämlich eine riesenversammlung der ganze parkplatz war voll die leute haben dann alle zusammen eine wanderung gemacht wir haben schön abgewartet auf den nächsten morgen wie ihr sehen könnt das ist alles leer und machen jetzt die wanderung man kann hier nämlich einmal neun kilometer um die ganze schlucht laufen und kommt wieder hier rum also neun kilometer rund laufen und genau das machen wir jetzt ich bin noch ein bisschen müde vor zehn minuten erst aufgewacht es geht direkt los freunde keine zeit verschwenden am tag let's go wir sind jetzt 40 minuten unterwegs wir vielleicht sehen könnt es ist ziemlich steil und anstrengend aber eine wirklich schöne schlucht haben wir hier es ist unfassbar ruhig zum ersten mal man hat wirklich keine vögel keinen irgendwelchen fluss keine kühe keine schafe das heißt man kann hier einfach gemütlich entlang laufen und sich mal auf die wanderung konzentrieren und wird nicht ständig abgelenkt ja wunderschön ist es hier auf jeden fall aber auch anstrengend so die jazzy hat sich jetzt entschieden wieder zurück zu laufen zurück zum wohnmobil für mich geht es allerdings weiter sind noch ungefähr sieben kilometer wir haben nämlich vorhin noch einen umweg gemacht und klein ja die jazzy kann durch ihr asthma leider zu steile berge manchmal nicht hochlaufen deswegen werde ich das ganze jetzt allein machen ist auch mal nice wenn man den ganzen tag 24 stunden zusammen ist einfach mal was alleine für ein paar stunden zu machen freue ich mich auf jeden fall drauf was wichtiges vergessen dankeschön ich glaube der größte teil der berg hoch geht ist jetzt vorbei freunde es war auf jeden fall super anstrengend da hinten hoch zu laufen für jazzy war es auf jeden fall die richtige entscheidung nicht mit zu kommen ich kenne die nämlich manchmal wenn ich sowas mache dann frage ich mich auch warum ich das eigentlich mache freunde denn spaß macht es nicht immer so einen berg hoch zu laufen aber ich denke mir immer ich bin wahrscheinlich nur einmal an diesem ort die chance dass wir hierher wieder zurückkehren werden ist so gering freunde deswegen will ich einfach alles mitnehmen was geht einfach so viel wie möglich ausprobieren so viel wie möglich machen auch wenn es zwischendrin manchmal hart ist und mal keine lust hat wenn man es dann am ende geschafft hat lohnt sich es einfach jedes mal und man ist immer stolz auf sich selber deswegen einfach mal öfter rausgehen und irgendwas machen es ist ganz egal was ich glaube das ist das letzte was gerade passieren sollte freunde ich bin jetzt schon um die fünf kilometer gelaufen habe aber wirklich keine ahnung wo ich bin und ich bin mir ziemlich sicher dass ich falsch gelaufen bin bei fünf kilometer gelaufen bin ich bin jetzt schon um die fünf kilometer gelaufen müsste ich auf jeden fall schon mehr als die hälfte haben ich glaube aber ich hätte vorhin nach rechts abbiegen müssen und bin weiter geradeaus gelaufen ich laufe jetzt mal da hoch wo so ein freies plätzchen ist und schaue dass ich die drohne in die luft kriegt dass ich vielleicht irgendwie so einen orientierungspunkt bekommen handy empfangen hat man hier nämlich überhaupt kein ja ansonsten muss ich einfach den ganzen weg wieder zurücklaufen hier auf der freien fläche ist doch ganz schön windig und mein rücken ist komplett verschwitzt also wirklich komplett deswegen muss ich jetzt auch meinen pulli anziehen ich hoffe einfach so dass ich nicht den ganzen weg wieder zurücklaufen muss freunde also ich kann hier wirklich überhaupt gar kein kloster kennen ja ich glaube wirklich ich habe mich verlaufen leute das heißt die drohne jetzt runter und wir müssen den ganzen weg zurücklaufen wie ärgerlich sind locker fünf sechs kilometer aber spaß hat es trotzdem gemacht wunderschön hier mitten im wald zwar weit weg von der schlucht aber immerhin in bewegung geblieben alles besser als daheim rumzusitzen und nichts zu machen genau hier ist es passiert ich stand vor noch hier und habe mich gefragt in welche richtung ich muss von hier bin ich gekommen ja da hätte ich lange muss und ich bin da lang gelaufen freunde komplette falsche entscheidung jetzt habe ich es aber da müssen wir hin drei kilometer das heißt ich mache jetzt einfach die wanderung weiter habe einfach eine kleine bonusrunde gemacht auch nicht so schlimm das heißt ich bin da ich meine ich bin da das heißt ich bin da ob es drei stunden und zehn minuten hat jetzt gedauert 15.000 schritte habe ich gemacht perfekter einstieg in den tag würde ich sagen jetzt geht es erstmal duschen und was frühstücken und dann geht es für uns weiter an die küste wir sind jetzt wieder zurück an der küste der weg hierher war wirklich unbeschreiblich es ging durch die berge an der aussichtsplattform vorbei wo wir mal kurz angehalten haben von dort hatte man eine wahnsinns aussicht auf das ganze tal man konnte alles überblicken konnte so weit nach vorn und nach unten schauen wirklich spektakulär und dann ging es auch noch einkaufen wasser auslernen neues wasser auffüllen den ganzen tag dann zu tun gehabt dinge zu erledigen und jetzt sind wir wirklich wieder hier an der küste stehen an einem stellplatz an dem wir vorher auch schon zwei tage geschlafen haben den ich aber noch nicht gezeigt habe ja die sonne geht gerade auf das heißt es ist allerhöchste zeit mit peppa gassi zu gehen gell peppa ciao mal der nächste video okay okay so so was für ein wunderschöner ort hier wieder an der küste freunde ich habe auch schon mal in dem video diesen berg hier gezeigt den sind wir hoch gewandert den hier im hintergrund und ja jetzt sind wir wieder hier und der plan für heute ist nach zarauts zu fahren die wellen sollen nämlich mega hoch sein wie ihr vielleicht schon in einem von den drohnen clips gesehen habt zwei meter sind heute angesagt mal schauen ob ich da ins wasser gehe oder ob das mir zu hoch ist entweder ich gehe also surfen oder ich filme andere surfer tut einfach richtig gut wieder an der küste zu sein diese luft hier so richtig salzig fühlt sich einfach gesund an wirklich das einzige negative das man nordspanien sagen kann ist dass es wirklich an den stränden keine chance gibt zu parken vor allem nicht mit so einem wohnmobil mit so einem kleinen t4 oder so bis zwei meter kann man noch parken aber mit so einem wohnmobil keine chance deswegen müssen wir hier mal in so einem supermarkt parken und dann 10 15 minuten zum strand laufen ist auf jeden fall ein bisschen nervig aber es lohnt sich doch auf jeden fall ja hier in dem supermarkt zum beispiel kann man jetzt zwei stunden kostenlos parken lustige story übrigens das letzte mal als wir hier waren nicht eine minute bevor die zwei stunden um waren rausgefahren an der schranke und dann war da so viel los dass ich eine minute nachdem die zeit um war erst rausgefahren bin ja die karte hat dann nicht funktioniert ich musste in den supermarkt zur information rennen leute das war so eine action hinter mir waren 20 autos an der rezeption waren drei leute vor mir also das war wirklich ein stress diesmal wissen wir es wenn es knapp wird dann gehen wir zur information und zahlen vorher wie immer wieder um ein schrank zu gehen ich bin ich bin jetzt ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Wow! No way! We'll be right back. 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 We'll be right back.